Guten Morgen zum heutigen Tagesausblick, heute ist der Freitag, der 8. November und wir haben wieder ein neues Kapitel in der szenischen Darbietung des Bühnenwerks Handelskrieg zwischen China und den USA gesehen. Die Theateraufführung ging gestern in die nächste Runde und das Weltpublikum schaute gebannt zu. Jeder wartete gestern auf einen bestätigenden Tweet zur China News von Donald Trump. Am Morgen hatte das Handelsministerium in China ja verlautbart, ja, wir haben uns schon geeinigt, die Strafzölle zu senken. Und hat sich jeder gewundert gestern so, um die Zeit, wo Donald Trump dann anfängt zu twittern, das ist immer so zwischen 12 und 1, hat er getwittert, was das Zeug hält, aber nichts zum Handels, zu den China News. Und jeder hat sich gewundert, was das zu bedeuten haben könnte. Der Auftritt von Herrn Navarro, Trumps Handelsberater auf Fox, war dabei nur ein Zwischenakt. Er sagte da, the only person who can make that decision is President Trump and it's as simple as that. Also Navarro sagte, hier quasi wollte die Chinesen wissen lassen, wer hier die Hosen anhat. Donald Trump macht hier die Entscheidung. Ansonsten niemand. Und dann ging es an den Börsen erstmal so ein bisschen mit einem zweifelhaften Kurs weiter. Was passiert denn da jetzt? 20.44 Uhr, das ist der Verlauf von dem SPX 500, Cash-CFD. 20.44 Uhr hier ganz links, scharfer interner Widerstand im Weißen Haus. Die Hardliner, ja, da sind sie. Und die Hardliner, das ist zum Beispiel auch der Herr Navarro, der zuvor bei Fox News gesagt hat, Trump hat hier das Sagen. Und ganz offenbar ist, Trump ist ja nicht der absolute Hardliner in der China-Geschichte, in dem Handelskonflikt, sondern es ist Navarro. Und das sind andere, die China-Hardliner. Ja, die haben dann diese News, die kamen dann eben durch. Der SPX hier eingebrochen gewesen, hat sich dann ein bisschen stabilisiert. 21.13 Uhr ging es dann weiter. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Ja, die Chinesen, die wollen mal so als Geste des guten Willens so im ersten Schritt mal zur Phase 1 schon mal Strafzölle senken. Und dann macht man die Phase 2 Gespräche. Und bevor man die beginnt, senkt man auch die ganzen anderen restlichen Strafzölle. Als Geste, als Geste des guten Willens. Aber da ist halt dann die Frage, was erreicht man dann damit? Macht China dann wirklich Konzessionen? Und die will man halt dann im Weißen Haus sehen. Die wollen halt die Meilensteine. Und wenn dann China Zusagen macht, wird China die dann auch einhalten im Jahr 2020? Oder wird man dann irgendwann merken, ja, die halten sich gar nicht dran? Und wer überprüft es überhaupt, dass die sich dran halten? Das ist alles nicht so einfach. Niemand weiß so richtig, wo es hingeht. Aber es ist eben nicht, wie Navarro sagte, Trump alleine. Das ist nicht, das ist nicht, wie es läuft. Sondern es sind eben die Hardliner. Es ist Politik, es sind viele Meinungen. Und eine klare Linie gibt es da bisher nicht. Wir wissen ja alle, meine Damen und Herren, alle, die Kinder haben, Kinder lieben es ja, nach einem anstrengenden Tag im Bett noch ein bisschen Musik zu hören, eine Geschichte erzählt zu bekommen. Das gibt ihnen so ein wohliges Gefühl von Geborgenheit und lässt sie langsam zur Ruhe kommen. Genau für solche Anlässe gibt es im Weißen Haus auch für Anleger altbewährte Schlaflieder. Und so ein Schlaflied, das wurde dann um 1.10 Uhr ausgestrahlt gestern, da hieß es, ja, wir sind sehr optimistisch, dass der Handelsvertrag bald geschlossen werden kann. Das sieht man hier rechts. Ja, gute Nacht. Und dann ging es in die Nacht und über die Nacht ging es dann in China weiter. Da wurde die Handelsbilanz veröffentlicht. Die war dann besser als erwartet. Aber es gibt eben Rückgänge im Export. Und den wollen die Chinesen natürlich wieder ankurbeln und möglichst auf alte Niveaus und neue Rekordniveaus bringen. Vor allem jetzt vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. Und das Weihnachtsgeschäft ist ja nicht nur für die USA wichtig, sondern ist eben auch für die ganzen chinesischen Produzenten wichtig. Die Aktien, das ist jetzt das, was wir sehen, kommen etwas zurück, wenn wir uns den Germany 30 anschauen. Der, ich habe hier Preisalarme für Gold und WTI, die ich heute Morgen gesehen habe, die losgegangen sind. Ich werde darauf gleich eingehen. Der Germany 30 hält sich hier über der 13.205. Solange das tut, ist hier ein Run in Richtung 13.381 und Rekordhoch durchaus möglich. Ob er das jetzt unbedingt diese Woche noch macht nach dem scharfen Anstieg, ist nicht gesagt. Das werden wir uns kurzfristig dann im kurzfristigen Chart nochmal anschauen. Hier aber nochmal der Monatskerzenchart. Wir haben die Chance, wenn wir über 13.381 schließen, auf Monatsschlusskursbasis, und der Monat ist ja noch lang, in Richtung 15.171 anzusteigen. Das ist zumindest das Big Picture. 13.600 ist ja das Allzeithoch. Wie gesagt, wichtig wird es sein, dass wir 13.205 dann halten können. Gold hatte ich einen Preisalarm eingestellt, für den Fall, dass die 14.7023 angehandelt werden. Und das ist hier ein 1.23-Trend-Wendemuster, das Anfang Oktober entstand. Wir testeten heute bzw. gestern rutschen wir unter den Punkt 1 dieses Trend-Wendemusters 14.7023 und testeten den Punkt 2 aus diesem 1.23-Tief. Und jetzt ist hier die kritische Geschichte jene, dass wir uns hier per Stundenschluss nicht über 14.70, obwohl es versucht wurde, etablieren können. Sollte das weiter der Fall sein, könnten wir es zu tun haben mit einem bärischen Druckaufbau in Richtung des Tiefs 14.59. Und dann ist aus einem Topf von Anfang September noch ein mögliches Ziel. Auf der Unterseite sollte man auch das unterschreiten. 14.53. Andernfalls, ein Stundenschluss über 14.70 würde die Chartlage aufhellen. Beim WTI, hier noch ein kurzes Wort dazu, hatten wir gestern wieder einen Versuch gehabt, dass 1.23-Tief hier den neuralgischen Punkt, den Widerstand, den zentralen Widerstand bei 57.41 zu brechen. Das ist hier die Make-or-Break-Marke für eine mögliche Rallye in Richtung 61.71. Ansonsten hätten wir hier, wenn wir das weiterhin nicht schaffen, die Gefahr eines bärischen Druckaufbaus nochmal einen Test von der 54 und möglicherweise tiefer. Allianz heute Morgen mit Zahlen sind Übererwartungen beim Ergebnis und Umsatz. Die Aktie ist im Big Picture, finde ich, spannend, da wir dort, wie im SPX 500 übrigens, im Monatschart, hier bin ich jetzt in der Allianz, im Wochenchart, haben wir einen Broadening Wedge als Trendfortsetzungsformation. Ziel, das große Ziel aus diesem Broadening Wedge, solange wir uns über 218.60 etablieren, darüber bleiben, was wir tun. Wir testeten vergangene Woche genau diese Unterstützung, machen jetzt ein höheres Hoch. Ziel aus diesem Broadening Wedge, 243.54, mögliches technisches Ziel. Eine Eintrübung wird es geben, wenn wir unter 218.60 gehen würden. Walt Disney gestern auch mit Quartalszahlen hier auf der Kinobasis, also im Box Office, wie man im Amerikanischen sagt, The Lion King, Toy Story 4, sind gelaufen, sind sehr gut gelaufen. CEO Robert Iger heißt der bei Disney, der hat Milliarden von Dollar ausgegeben, um solche Franchises zu kaufen, wie die Avengers oder Star Wars, da kommt jetzt auch ein neuer Film im Dezember ins Kino. Ja, und jetzt ist aber der Fokus von Disney auf Disney Plus, auf die Netflix-Konkurrenz und auch Apple-Plus-Konkurrenz, nämlich das Streaming. Ja, und das kostet natürlich auch Geld, hat ein bisschen das Ergebnis gelebt und könnte das auch weiterleben, weil das natürlich, die ganzen Lizenzen zu kaufen für die Filme, die man dann im Internet streamt, kostet natürlich auch das Ganze, die Infrastruktur, Cloud und so weiter auszubauen. Da ist Disney massiv dran und technisch ist jetzt die Situation bei der Disney-Aktie jene, dass wir nun nachbörslich plus 5,29 Prozent haben. Wenn ich hier rauszoome, bevor ich darauf eingehe, wir haben ja hier dieses alte Allzeithoch hier vom Juli 2015 übersprungen. Das war die Ankündigung, dass jetzt Disney Plus kommt und dass es günstiger sein wird als Netflix. Das hat hier die Hoffnung der Anleger geweckt, oh, da könnte was gehen bei Disney. Und was wir hier sehen in dem grünen Kreis ist ein Versuch, eine Trendwende zu machen. Die Shorties haben versucht, Disney nach unten zu drücken. Das hat nicht funktioniert. Wir sind in der laufenden Woche wieder drüber, haben auch genau den Punkt 1, 131,04 gekauft. Also, was heißt wir, der Markt hat das getan, hat also ein Verkaufssignal damit eigentlich abgelehnt. Und jetzt kommt hier der Short Squeeze in der Nachbörse. 140 Dollar wurde da gehandelt, das ist genau der Punkt 2. Sollte man es darüber etablieren, hätte man einen bullischen Druckaufbau in Richtung des Allzeithochs 147,15 vor uns. So, das war das Update von dem Theater namens Börse an diesem Freitag, am letzten Handelstag, am heutigen, in dieser Woche. Wieder eine bombige Woche, war für den DAX. Ich wünsche Ihnen an der Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Ich habe mich gefreut, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich bin dann ab 9 Uhr live für eine Stunde. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein. Ansonsten sehen wir uns dann am Montag wieder, wenn Sie mögen. Schönes Wochenende. Ciao. Vielen Dank.